Herr Dr. Lohr, die Kaplos S-Gruppe hat die Zahlen vorgelegt für das abgelaufene Jahr 2016. Wie erwartet, fiel das operative Ergebnis deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Wie lautet Ihr Fazit? Mein Fazit lautet, 2016 war ein schwieriges Jahr. Wir hatten niedrige Kalipreise. Wir haben Produktionstage an der Werra verloren, weil wir nur eine eingeschränkte Versenkerlaubnis hatten. Wir hatten in beiden Wintersaisonen kein besonders gutes Winterwetter und somit geringere Umsätze und Ergebnisse im Salzbereich. Dennoch haben wir das Jahr 2016 mit einem EBIT von knapp 230 Millionen Euro abgeschlossen. Und da wir bei unserer Dividendenpolitik bleiben, zwischen 40 und 50 Prozent des Konzernergebnisses bereinigt auszuschütten, schlagen wir der Hauptversammlung vor 30 Cent pro Aktie zu zahlen. Das wären dann 44 Prozent auf das bereinigte Konzernergebnis. Die schwierigen Jahre sind besonders herausfordernd für unsere Mitarbeiter. Deswegen möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für die hervorragenden Leistungen, die alle wieder gebracht haben im Jahr 2016. Die massiven Produktionseinschränkungen am Werk Werra haben 2016 sehr stark belastet. Aber nun hat K plus S ja kurz vor Weihnachten letzten Jahres eine neue Versenkerlaubnis bekommen. Warum läuft denn noch nicht alles rund bei der Salzabwasserentsorgung am Werk Werra? Na ja, zunächst mal ist festzustellen, dass wir eine höhere Produktionssicherheit haben mit der neuen Versenkgenehmigung. Wir wissen jetzt genau, womit wir bis zum Jahr 2021 auskommen müssen. Aber wir haben ein geringeres Volumen genehmigt bekommen, als wir es beantragt haben. Und wir haben Tagesversenkmengen und beides sind limitierende Faktoren für uns. Deswegen hatten wir auch im Jahr 2017 bereits schon wieder Ausfalltage in dem trockenen Januar und Februar. Und über den Sommer können wir sowas auch nicht komplett ausschließen für dieses Jahr. Gut, dass wir bereits im letzten Jahr begonnen haben, Maßnahmen zu entwickeln, um unsere Abwässer auch zum Beispiel in stillgelegte Bergwerke entsorgen zu können. Und einen deutlichen Schritt nach vorne machen wir im Jahr 2018 mit der KKF-Anlage. Dann ist der Anfall von Produktionswässern noch mal geringer. Dann kommen wir zum Legacy-Projekt, dem neuen Kali-Werk von K plus S in Kanada. Dort soll die Produktion ja bald starten. Wie ist aktuell der Stand der Dinge? Die Arbeiten am Produktionsbehälter, also sie erinnern sich den Unfall, den wir im letzten Jahr hatten, die schreiten planmäßig voran. Die sonstigen Bauarbeiten sind fast abgeschlossen. Das Werk ist auch ans Bahnnetzwerk angeschlossen. Die Arbeiten am Terminal in Vancouver sind auch bald fertig. Insofern ist alles bereitet für die erste Tonne. Die erwarten wir weiterhin im zweiten Quartal 2017. Und die erste Tonne verkaufsfähiges Produkt werden wir nach dieser Logik im Juni diesen Jahres haben. Wir sind so weit, dass wir dann auch Ende 2017 die Kapazität von zwei Millionen Tonnen erreichen werden. Und wir halten, und das ist besonders erfreulich, und das möchte ich an der Stelle noch mal unterstreichen, wir halten das Euro-Budget von 3,1 Milliarden Euro mit dem Projekt. Dann kommen wir zum Ausblick für dieses Jahr, für 2017. Wie genau sieht die Prognose aus, vor allem beim operativen Ergebnis? Zunächst mal gibt es ein paar positive Entwicklungen. Wir sehen, dass die Kali-Preise wieder ansteigen. Wir können davon ausgehen, dass wir in beiden Geschäftsbereichen eine höhere Absatzmenge haben werden als im Jahr 2016. Deswegen rechnen wir mit einem spürbaren Anstieg des EBIT gegenüber 2016. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir auch in diesem Jahr wieder von dem Wetter abhängig sein werden und bei trockener Witterung wieder einige Produktionsausfalltage dazukommen können. Das kann einen erheblichen Einfluss auf unsere Ertragslage im Jahr 2017 haben. Dann hat K plus S ja seit einiger Zeit auch ein Mittelfristziel. Bis 2020 will man 1,6 Milliarden Euro EBITDA erreichen. Gilt das eigentlich weiterhin? Das gilt weiterhin. Es ist auch weiterhin anspruchsvoll. Wir gehen aber davon aus, dass die Kali-Preise sich weiter erholen. Und dann hilft uns das, unser Ziel zusammen mit der Salz 2020-Strategie, mit den Entwicklungen, die wir im Kali-Bereich machen, Stichwort Spezialitätenstrategie und mit weiteren Sparanstrengungen unser Ziel von 1,6 Milliarden Euro EBITDA zu erreichen. So, wir werden uns wieder aufladen. Also, wir werden uns wieder auf die Leitungen überschreiten.